Ich heiße Rainer Bonnconseil, ich bin der Zeugwart bei den Schwäbischal Unicorns. Ich bin das Einhorn der Woche. Ladies and Gentlemen, please welcome! Ich bin seit 2004 dabei als Zeugwart. 2003 habe ich noch was anderes gemacht, da habe ich mal ein Jahr lang Eintritt gemacht. Meine Aufgabe ist, Ausrüstung auszugeben an die Jugendspieler, Ausrüstung reparieren bei allen, Platz streuen, für alle sorgen. Deswegen bin ich auch in jedem Training dabei, von 17 Uhr bis 22 Uhr oder noch länger, manchmal. Ich war fünf Jahre als Zuschauer dabei und habe irgendwann mal gedacht, da gibt es bestimmt auch was für mich zu tun. Was würdest du dir von den Spielern am meisten wünschen? Dass, wenn sie irgendein Problem haben mit ihrer Ausrüstung, dass sie dann schneller zu mir kommen und nicht fünf Minuten vor dem Spiel. Das war's für mich. Vielen Dank.